Musik Das Wichtigste in dem Beruf ist, dass ich eine sinnvolle Tätigkeit erbringe hier und dass mir Wertschätzung entgegengebracht wird. Ich heiße Gabi Schiefe, bin Architektin und arbeite bei der WBG in der Projektsteuerung. Die WBG als Arbeitgeber ist für mich familienfreundlich, flexibel und abwechslungsreich. Musik Der Job als Kundenbetreuerin macht mir viel Spaß. Deswegen habe ich mich auch entschieden, im Kundencenter zu arbeiten. Mir persönlich war es wichtig, weiterhin mit Kunden zu tun zu haben, weil ich ein sehr fröhlicher Mensch bin und das auch ausstrahlt. Die WBG ist für mich Vielfalt, Aufgeschlossenheit und Moderne. Die WBG als Arbeitgeber ist verantwortungsbewusst und es macht Spaß. Wir erfüllen einen sozialen Auftrag für die Menschen in unserer Stadt. Musik Wir in der IT sorgen dafür, dass unsere Mitarbeiter ihre Arbeit machen können. Musik Die WBG als Arbeitgeber bietet eine gute Work-Life-Balance. Musik Und ist natürlich auch sehr teamfreudig. An meiner Arbeit liebe ich die Herzlichkeit von den Kindern. Besonders in Erinnerung geblieben ist wir, wenn die Viertklässler die Grundschule verlassen und jeder Einzelne kommt mit Tränen in die Augen gerannt und sagt, er will eigentlich da bleiben, aber er kann ja nicht. Musik 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 Vielen Dank.